Natascha Coney, die Sprinterin von der Elfenbeinküste für den LC Zürich. Sie wohnt in Zürich, persönliche Bestleistung 11,84. Dann auf Bahn 2 Samantha Dagri, wenn sie dann startet nach ihrem 200 Meter Lauf. Aber Finnet-Giapong aus Grossbritannien auf Bahn 3, dann die angesprochene Britin Imani Lara Lanziquot. 11,17 ist sie gelaufen, da die grossgewachsene Deutsche Alexander Burkhardt mit einem guten 200 Meter Rennen schon hier in Bern präsentiert. Jetzt noch einmal über die 100 Meter am Start. Gourali Ambrosini aus Fribourg, sehr Fribourg, oder SA Bül, Entschuldigung, SA Bül, 11,78. Und vom BTH Hur, Leichtathletik Judith Gohl auf der Bahn 7. Und dann Coney, Aciapong, Lanziquot, Burkhardt, Ambrosini, Gohl. Und Gohl, immer mit einem fulminanten Start, kann sie das durchziehen. Nun Aciapong auf der Bahn 4, die Siege gewinnt das Rennen souverän vor Burkhardt. Und Lanziquot hat das Rennen gewonnen, Aciapong ist auf Platz 3 gelaufen. Inoffizielle Siegerzeit 11,29. 11,29 für Imani Lara Lanziquot, die Britin. Inoffizielle Siegerzeit 11,29 für Imani Lara Lanziquot, die Britin.